hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind heute wieder in der bootbox in köln und ich zeige euch jetzt in sechs minuten bauchmuskel workout was sie einfach von fast überall machen könnt ihr braucht keine geräte außer eine stange woran ihr euch hängen könnt also let's go wir legen los mit den leg races das heißt ihr braucht eine stange hängt euch dran und hebt die beine in verschiedenen variationen halb hoch nur die knie hoch da könnt ihr ganz nach eurem level trainieren aber erstmal zeige ich jetzt die übung wir machen sie für 30 sekunden zweiter warte So, die nächste Übung sind die Cross Crunches. Hier gibt es verschiedene Variationen. Ihr steckt erstmal ein Bein nach vorne, ein Bein geht runter, ein Arm greift, diagonal runter, wieder zur Mitte, Seite wechseln. Ihr könnt auch diagonal zur Seite greifen, habt ihr mehr die seitliche Bauchmuskulatur. Wenn ihr zu Hause diese Übung probiert und es mehr am Hüftbeuger merkt, statt dem Bauch, könnt ihr genau die gleiche Übung auch in Rückenlage machen. Okay, auf geht's wieder, zwei Intervalle je 30 Sekunden. Let's go. Okay, das war Übung Nummer 2. Auf geht's zur Übung Nummer 3. Okay, Leute. Übung Nummer 3. Plank Side to Side mit dem Becken. Eine ganz einfache Übung. Achtet dabei drauf, dass die Ellbogen immer unter der Schulter sind. Und wir legen hier los. 30 Sekunden, zwei Intervalle. Okay, Übung Nummer 3 geschafft. Auf geht's zur Übung Nummer 4. Übung Nummer 4. Mountain Climb Bass. Auch eine Übung, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Wir starten diesmal in der Plank Position. Handgelenke unter den Schultern. Und ihr geht einfach mit den Knien tack, tack, tack ran. Jeder kann in seinem Tempo trainieren, dass ihr in verschiedenen Levels trainieren könnt. Wenn ihr richtig Gas geben wollt, dann geht einfach so schnell wie ihr könnt. Let's go. 30 Sekunden, zwei Intervalle. Okay. Eine einzige Übung bleibt noch übrig. Wir sehen uns in der letzten Übung. Bis gleich. So, die letzte Übung sind die Backrolls. Hier habt ihr auch verschiedene Levels. Wir nehmen jetzt so ein mittelschweres Level, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass ihr alle schon richtig fit seid. Alles in Rückenlage. Ich zeige euch kurz die Übung. Legt euch auf den Rücken. Hände kommen zur Seite. Becken ist oben. Startet ein Bein rüber zur Seite. Schön, tack, tack, tack. Schön langsam, schön kontrolliert. Gut abfedern. Ich will niemanden so auf den Boden klatschen hören. Auf geht's. 30 Sekunden, zwei Intervalle. Okay. Das war's mit dem 6 Minuten Abs Workout. Ich hoffe, ein paar Übungen haben euch gefallen. Wenn ihr zu einzelnen Übungen noch mal ein Tutorial wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Es waren ein, zwei Breakletics Übungen dabei. Link zum Breakletics Kanal auch unten in der Infobox. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben, Kommentar da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.